Was funktioniert, das heißt auch Frauen, also ihr sollt schauen, zu diesem Mann, die ihr gerne tanzen könntet und ihr es selbst. Wenn die Frau euch nicht schaut, dann zu wie immer dann. Wenn wir tanzen wollen, reicht, wenn wir einfach wegschauen. Das heißt, der Herr folgt uns auf, wir haben den Kontrakt und wir schauen weg. Wir suchen wieder jemanden, mit dem wir tanzen wollen. Jetzt ist er hier schon wieder. Wir schauen einfach gezielt hin. Wir versuchen hier dabei, auch niemanden zu planieren, sondern einfach ganz gezielt wegschauen. Handlung für alle von Männern, also wir können nicht. Ja, deswegen ist es traditionell, ihr glaubt nicht. Jetzt zählt, also es ist traditionell, dann ist es nicht. Das sagt nichts zu dumm, oder? Ich kann es toll, wirklich mit einem Lächeln, das heißt, wenn wir da sitzen und haben Lust auf Tanzen, dann wollen wir nämlich das machen. Wir versuchen hier auch eine positive Stimmung zu regieren, damit wir dann ja auch eben diesen Blick fangen und überlegen, mit ihm zu tanzen. Das ist auch jetzt eine Situation zu regeln, dass der Mann aufgefordert hat und die Frau ist Mitte auf die Erste. und die Frau ist Mitte auf die Erste. Und die Frau ist Mitte auf die Erste. Das darf nicht sein. Okay, also jetzt muss er in die Erste. Also jetzt muss er in die Erste. Genau, dann sitzt er wie nicht. Genau, und ich weiß eben nicht, ich habe ihn nicht gleich aufgeräumt. Dann warte ich ein bisschen, gehören wir in Kontakt. Okay, ich bin so alt. Dann ist es. Das darf nie passieren lassen, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass der Mann... Dass der Mann sich weg zu mir wahren kann, dann ist man schon sicher. Okay, ein nächstes Mal. Gut, gut, gut. Ich glaube nicht, der Mann sich gleich auf die Erste. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, der Mann sich nicht so leicht, ich glaube nicht, wir nicht so leicht, Halloween auf die Erste. So, ich glaube nicht, wir sind wirklich. Die Mann sich und der Mann sich vermutlich nicht so leicht, in Ordnung. Vielen Dank. Vielen Dank.